Unterscheiden wir uns wahrscheinlich auch mit unserer Region von vielleicht dem Rest von Europa, weil wir haben mit italienischen Unternehmen sehr gute Erfahrungen, speziell in Kärnten, speziell in der Region Carinthia. Und auch in diesem Bereich Recycling, Müllverwertung, Müllaufbereitung haben wir sehr gute Kooperationen zwischen italienischen und österreichischen Firmen. Die bestehen schon seit Jahren, also bei uns gibt es dieses Vorurteil nicht. Und hier sieht man auch, was beindruckend ist, vor allem ist die Qualität der Anlage, was den Lärm betrifft und auch die Ruchsemissionen. Also auch für die Anrainer, die hier sehr nahe sind, kann man sagen, dass das politisch vertretene ist. Die Europäische Opinion von Italien über die Recycling-Refüge ist nicht die Opinion, die Kärinthia hat. Visto dass Kärinthia ist in Italien und hat gute Erfahrungen mit Italien, auch in anderen Sektoren, auch in den Recycling-Refüge. Also, das ist nicht die Opinion, die wir in Italien haben, aber gesehen, was er realisiert da Ambiente hat, sind viele Dinge, die können, wie ein Beispiel, sehr positiv ist, aus dem Sinne von Rumor und Odor, die in diesem Bereich, in diesem Bereich, haben wir wirklich keinen Problem für die Vecini und für die Vecinanze hier in der Region. Vielen Dank.